ja und herzlich willkommen zu einem weiteren reaktion hier auf dem kanal und ja wie letztes mal geht es weiter mit einem anderen video von invincible ja und herzlich willkommen zu einem neuen ja und herzlich willkommen zu einem neuen reaktion hier auf dem kanal weiter geht es mit invincible einem weiteren neuen video not everything everywhere is for us heisst das ganze was man sich darunter vorstellen kann keine ahnung von daher schauen wir uns das ganze einfach mal an und let's go auch dieses video geht zwar wieder nur eine minute 30 aber trotzdem dachte ich mir könnte vielleicht spannend werden ich glaube in der menschlichen möglichen ich glaube in der menschlichen position auf der top der evolutionary pyramid dann schauen wir uns auf die ich habe das fotografiert ich habe das fotografiert ich habe das fotografiert die sagen peraspera und astra durch diese schwerfassung zu den stauern und ich sage weil zwischen den stauern ist unsere Position Wie heißt das Ganze nochmal, not everything, everywhere is for us. Das sieht ziemlich abwechslungsreich immer aus. What the hell? Okay, not everything, everywhere is for us. The Invincible. Gut, ging jetzt auch wirklich ziemlich schnell wieder und hat nicht so viel verraten. Aber es sah interessant aus, wie eigentlich immer bei diesen Videos. Wie diese Roboter da durch diese Wand kamen, die sich auflöste. Weird. Weird stuff passiert da wohl auf diesem Ratchet 3 Planeten. Mal schauen, ich bin ziemlich gespannt darauf. Ich sage das gleiche immer und immer wieder, ich weiss. Aber ja, es ist einfach ein interessantes Spiel. Kann man nichts anderes dazu sagen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kurzen Video wieder von The Invincible. Und haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020